Moin Moin und herzlich willkommen zum zweiten Nachschlag. Heute geht es um einmal Linux 8.5 auf dem Raspberry Pi 4 bzw. 400. Könnt ihr euch durchlesen, einfach mal auf Stop drücken, was ich sonst noch so mache. Und ich habe schon sehr vieles zu einmal Linux gemacht und auch zum Raspberry Pi. Und heute verbinde ich das Ganze einfach mal. Ja, einmal Linux gibt es seit der Version 8.5 auch auf dem Raspberry Pi für die Vierer-Version 4 oder 400. Und dort wird ein deutlich neuerer Körner mitgeliefert als der, der in so einem einmal Linux normalerweise drinsteckt. Dazu gibt es eine Projektseite, dort wo es jetzt wackelt. Da findet ihr Downloads für die SD-Karten-Images und eben auch die Zugangsdaten, wie ihr darauf zugreifen könnt, wie ihr das WLAN konfiguriert und so weiter und so fort. Dann gibt es dort auch eine kurze Anleitung, wie ihr den GNOME Desktop auf dem System installiert. Das ist auch nicht großartig schwierig. Habe ich da auch nochmal mit aufgelistet. Und mehr zu einmal Linux von mir gibt es auf meiner Projektseite zu nicht der Weisheit letzter Schluss. Dann, wie sieht das Ganze einmal live aus? Das hat jetzt erstmal ein komisches Format. Ich weiß nicht, warum die Capture-Karte sich mit dem Pi 400 auf dieses Format geeinigt hat. Das ist ein wunderbares 9 zu 5 Format. Keine Ahnung. Ich habe den jetzt auch, also das einmal Linux habe ich jetzt auch so auf so einer externen SSD installiert. Das macht es sehr flott insgesamt. Also deutlich schneller, als wenn ihr jetzt auf einer normalen SD-Karte alles installiert. Also da liegen wirklich Welten zwischen. Dann habe ich hier diesen ganz normalen Anmelde-Bildschirm. Kann ich mich anmelden? Gibt immer so eine kleine Verzögerung zwischen dem, was ich tippe und was ihr dort seht. Dann gibt es hier diesen formschönen Grafikfehler. Der tritt aber zum Glück bloß beim Anmelden auf. Und hier beim normalen GNOME Desktop ist er nicht mehr da. So, was haben wir hier? Wir haben eben so ein GNOME da vor uns. Das ist einmal Linux typisch eben relativ alt. Wie eben alles, was in dem Universum mit Red Hat und CentOS so ist, ist eben unter einmal Linux auch so. Und wie man hier sieht, ist es einmal Linux 8.5 und das Ganze in der 64-Bit-Variante. Normalerweise ist dieses Raspberry Pi OS ja immer 32-Bitig. Das hier ist jetzt 64-Bitig. Und wir haben dort ein GNOME, was ja auch schon ein bisschen älter ist. Was wir noch dabei haben, wir haben natürlich einen Webbrowser. Ja, hallo einmal Linux. Der ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so alt. Also der ist relativ aktuell. Das ist quasi eines der wenigen Komponenten, was immer mit neuer Version ausgestattet wird. Andere Sachen sind halt eben deutlich älter. Ja, ansonsten habt ihr eben so ein GNOME Desktop, gehen wir einkaufen, einkaufen, naja, wie auch immer, wo ihr eben nochmal die Software mit dazu installieren könnt, die es quasi unter einmal Linux auch gibt. Das ist alles ein bisschen älter, gehört zu dem Konzept dazu. Also wem Debian so aktuell ist, der kann dazu denn greifen. Und mal gucken, was haben wir hier? Da haben wir 2, 8, ja, ist ja auch schon ein bisschen älter. Aber ihr könnt ja eben auch die Software drauf installieren, die ihr sonst so von eurem PC her kennt. So, nachdem es installiert ist, kann ich es auch sogar starten. Ja, ist jetzt nicht überragend schnell, aber auch nicht guselig langsam. Und ja, da habt ihr halt hier so ein GIMP in einer etwas älteren Variante. Jo, und dementsprechend, die anderen Sachen sind eben auch etwas älter. Ihr könnt das einfach nachinstallieren. Ihr könnt darauf natürlich auch diese, ja, Serverkomponenten installieren. Also sowas wie FreeIPA, habe ich auch schon mal ein Video dazu gemacht. Das könnt ihr darauf machen. Ein Gnome drauf zu installieren, ist vielleicht nun nicht unbedingt das, was man mit so einem System unbedingt machen wollen würde. Aber man kann diese Serverkomponenten vielleicht schon ganz gut drauf laufen lassen. Ja, okay. Also Informationen quasi für euch, was ihr damit mitnehmen könnt mit dieser Folge. Ja, das geht jetzt auch auf dem Raspberry Pi und ihr habt eben diese ganzen Paketwerkzeuge zum Installieren, zum Updaten, den Softwareumfang. Den habt ihr eben auch da drauf. Ihr braucht also für kleinere Aufgaben keinen großen Server, der viel Speicher hat oder eben auch viel Strom braucht. Manchmal reicht so ein Raspberry Pi 4 auch. Ja, kommt immer darauf an, was ihr vorhabt. Guckt euch das an oder eben auch nicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Abonnieren, Glocke drücken und bis dann. Und tschüss. Glocke drücken und bis dann.